und ab hier ist doch gemütlich keine rentner sonne und weit und breit keine autos muss man nicht andauernd gucken tagsüber ist es glaube ich gar nicht so wild mit diesen Rehkits eigentlich wollte ich mir noch eine Decke mitnehmen damit ich hier noch schön sonnen könnte nur mal schauen ob hier ein kleiner Bach ist damit der auch noch saufen kann ihr habt nur eine Wasserflasche mit da auf den Deckel zu saufen das ist ein bisschen schwer oder ich sollte ihm beibringen wie man aus der Flasche trinkt ist ja auch eine Option einmal noch das war wieder ganz schön am Pumpen Pause Pause ja ja dem ist heiß mal gucken hier sieht man den noch ich glaube schon oder haha ja ja der ist hin aber ich weiß hier gar nicht wo es hier Wasser gibt Problem ich war jetzt erstmal zwei oder dreimal hier einmal da oben einmal da ganz da hinten Mensch vielleicht da vorne im Wald kommt man da rein mal schauen ich glaube der ist umgeflogen ah ne da ist er ja noch ich habe mal gesehen es gibt diese faltbaren Teller diese Silikon Teller so diese Näpfe da muss mir mal so einen besorgen dann sind wir dann nicht mehr so abhängig aber haben das ist dass